Ich hab Gabriel mitten in die Brust getroffen und er hat nicht einmal geblutet. Solange er sein Kristallschwert hat, ist er so gut wie unverwundbar. Wir hätten es dir rechtzeitig gesagt, aber du musst ja ständig dein Handy ausmachen. Tut mir leid, es ist ja nochmal gut gegangen. Okay, ich hab Brianna gefunden. Gabriel hat nicht gelogen. Sie war unsere Ur-Ur-Urgroßtante. Sie hatte wie Prue die Fähigkeit, Gegenstände zu bewegen. Gabriel hat die Gnade von Aris verloren, weil Brianna ihn im Krimkrieg mit ihrer Kraft sein Schwert weggenommen hat. Er hat gleich zwei Gründe, Prue umzubringen. Also einmal, weil er die Gnade von Aris verloren hat und einmal aus Rache, ja? Manche Männer sind eben empfindlich, wenn es um ihre Waffen geht. Die Feldherren und ihre Schwerter gehören angeblich so zusammen wie Thor und sein Hammer. Ja, und Brianna hat es geschafft, sein Schwert hunderte von Kilometern wegzuschleudern. Also ein Schwert wegzuschleudern, das schaffe ich auch noch, aber natürlich niemals so weit. Das ist mir klar und dafür steht hier eine Zauberformel. Willst du deine Kraft verstärken, sprich diese Worte wieder und wieder. Was, ich sage nur diesen Zauberspruch auf, das ist alles und dann bin ich starker? Hoffentlich stark genug, um Gabriel von seinem Schwert zu trennen. Ich kann es ja mal versuchen. Äh, stopp, ich bin dagegen. Weil die Idee von mir ist? Nein, weil ich meine, wir sollten von der Macht der Drei ausgehen und dort nach einer Lösung suchen. Ja, beim Buch der Schatten steht nichts davon, Piper. Und außerdem ist er nicht hinter dir und Phoebe her. Okay, okay, vielleicht sollten wir dann einfach ein paar Tage verschwinden und irgendwo hinfahren. Und darauf warten, dass er uns findet? Schon gut. Vielleicht tut er euch etwas an, um an mich heranzukommen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Okay, Prue, aber Moment mal, warte. Lass uns abstimmen. Na schön. Alle, die dafür sind, dass ich es tue, heben jetzt die Hand. Also, die Mehrheit hat entschieden. Aber, Prue! Von dir kommt meine Kraft. Nimm sie zurück, verdreifach sie. Was ist? Das weißt du genau. Tut mir leid, aber ich verstehe nicht, warum Prue den Zauberspruch nicht versuchen soll. Ich meine, wir müssen das zusammen durchstehen. Die Macht der Drei bietet den besten Schutz gegen alle Probleme. Wir haben uns bis jetzt immer auf das Buch der Schatten verlassen, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Es spricht doch nichts dagegen, dass sie es erst mal versucht. Es spricht nichts dagegen, ja? Mal nicht den Teufel an die Wand. Lauf lieber schneller. Los, mach schon, Piper! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Prue? Was ist? Schon gut. Eins, zwei, drei. Einen... Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh.